Sie kommen und driften. Sie driften immer noch extreme Schräglage und der BMW fängt sich. Jawoll, ja. Der Smart Team noch dicht auf dem Fersen. Der BMW zieht ihn ab. 3 Liter. Nix zu toppen. Turbo. Das Smart kommt von hinten. Versucht mit Schatten noch vorbeizukommen. Er schert aus. Und was ist das? BAM! Er fällt voll gegen die Säule und BMW gewinnt. Perfekt. Bayerische Motorenwerke. Wieder nicht zu toppen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.